Hey, in Starlischen, guten Morgen wieder, guten Abend! Legendäre Schwarze Ritter 5 mit Lady Go! Wir wollen ab, wir wollen wieder Klassik spielen, ne? Klar! So. Power-up haben wir noch nicht genug, oder? 29.000, aber wir können uns natürlich wieder Sternchen kaufen. Denn die brauchen wir ja wohl, auf Legendäre Schwarze Ritter, trotzdem. Und es reicht trotzdem, um einen S-Rang zu bekommen. Ich werde mich wohl daran gewöhnen müssen, dass ich ein paar Objekte einsetzen muss in diesem kranken Spiel. Ja, du. Du und welche Armee, ja? Oh ja, da kommen doch noch ein paar. Ich wusste es doch. Wow. So. Töten wir mal ein wenig. Feuer frei, bitches! Piep-piep. Piep-piep-piep-piep. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Geile Scheiße. Raus mit dir. Ho, 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 ho. Na, wer will noch mal? Wer hat noch mich? Overkill! Woohoo! So, und mit Kugeln einsammeln ist das natürlich unglaublich praktisch hier. Ja, 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 ja. Sehr praktisch. Fling! Ey, Mann! Ich hab eh... Ich hab eh drei, oder? Ne, hab ich nicht. Dann gammeln wir uns die natürlich. Unglaublich. Unglaublich. Danke. So, und ich meine, hier drauf war was. Ja. Dass sie mit denen echt so langsam schießt. Na gut, sie hat halt nicht diese... Also, sie hat eigentlich nicht die Möglichkeit zu sprayen wie Dante mit Munition. Deswegen schmeißt sie ja nach dem Trigger Happy die Dinger auch weg. So, ich glaube, das war die Mission mit Scarecrow, oder? Mhm. Mal gucken, ob wir einfach ausweichen können. Toll! Der macht Schaden. Der Doppelsprung. Ach, ich mach das hinterher mit... Ich mach das hinterher mit Nero. So viel zum Ausprobieren. Yay! Das wird wieder ein enger Raum. Voll toll. In dem keine Monster auf mich warten. Geh kaputt, du Ding! Wir hassen nämlich Inneneinrichtungen. Egal welcher Art. So, okay. Das kennen wir schon alles. Wie praktisch. Bam! Aber ich will doch den Flögel Terles, Mann. Als ob das nur ihr bleibt. Wutda! Wow. Brown Zero! Boah, scheiße! Direkt Smokin' Sick. Ist das der Hammer. Wisst ihr was? Und jetzt stelle ich mich hier rein. Und schmeiße so ein paar Startgranaten. Nimm ich die guten Deutschen. Und dann, äh, sieht das alles schon viel besser aus. Holy balls. Lock die Scheiße aus dem Haus. Passt schon. Trigger happy, bitches! Das! Ups, ich wollte aber... Das! Aha! Ratsch! Sehr cool! Meins! Danke! 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 Da war ich. Ups. Äh, na, egal. Auch wenn's nur ein bisschen gibt. Es gibt echt wenig. Also im Vergleich zum Shredder. Da endlich hab ich das Weihwasser. Hier kann man noch so viel absahnen. Na, gib her. Oh, shit. Oh, shit. Das wird wieder so schön. Fuck. Oh, ich hasse euch so sehr. Alter, die haben sogar Formationen dafür. Krass. Habt ihr das gerade gesehen? Oh, kacke, man. Das ist doch nicht... Das ist doch gemein. Das ist doch auf mich zu hauen. Äh, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. , Alter, 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 Alter. Fuck. Overkill. Overkill. Zeit. Course ya? Na weg mit euch! Also diese brutalen Gegnermassen mit einem Charakter, der auf Distanz kämpft. Das ist echt... Au! Nein, lass mich! Ah! Mist, Ding! Groteskes Mist-Ding! Wusste ich doch, dass du mir hinterher kommst! Du auch, Schlampe! Wo ist er? Wo ist er? Egal! Oh, Shit! So, wo wollte ich denn jetzt eigentlich hin? Ach ja, richtig! Ich habe ja jetzt den blöden Flügel, Talisman! Äh, ist es! Dann kann ich auch hier lang! Ich habe gedacht, wer ist was in diesem Raum? Hey, das ist wohl korrekt! Ich kann das! Ich kann das! Ich kann das! Ich meine, wir kommen dann ohne Probleme weiter! Und dann ist er bei der nächsten Mission wahrscheinlich weg! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Wie sieht's aus, Lady? Was machst du? Komm, bitte jag was in die Luft! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! Ich weiß nicht! typische Stinger. Aber ich denke mal, obwohl, keine Ahnung, vielleicht hätte man den ja mit einem Raketenantrieb simulieren können. Schön. Gut. Bleibt so. Damit verabschiede ich mich für heute. Immer schön liken, abonnieren und kommentieren. Morgen gucken wir uns Mission 6 an und schauen, was Lady noch so in der Tasche hat. Wir haben Geld für Upgrades. Und dann Blink Out.